Weiter geht's mit dem Aaron Deal Trio aus den USA. Wir haben eine ganze Reihe von amerikanischen Bands in dieser Overseas Night dabei. Das ist eigentlich nicht verwunderlich, aber trotzdem weiß man am Anfang des Jury-Prozesses nie, was da rauskommt. Und das war sehr interessant, dass in diesem Jahr fünf Bands aus Amerika kommen. So, next we have the Aaron Deal Trio from New York. And it's a wonderful piano trio that really sees a continuity of jazz history. And you'll witness that when you listen to them. Here's the Aaron Deal Trio. Thank you very much. You're listening to Paul Sakibi on the bass. Lawrence Leathers is on the drums. And we'll be playing a few compositions from my latest album called Space Time Continuum. This is by Walter Davis Jr., pianist and composer. It's called Uranus. One, two, three. One, two, three. Until the phone we'll have to, before we move forward. Kristin, up! Keith, come on! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.